Schwegler, Aigner, jawohl, abgefangen, Firmin Schwegler, Meier, Jeng. Ja, und jetzt gilt es für diesen Trainer, jetzt hat er sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Verein. Und natürlich wird er da ein bisschen mit Nervosität zu kämpfen haben, andererseits er ist sicherlich froh, dass es endlich losgeht. Niemeyer. Kluge. Janko. Und der Ball prallt vor ihm ab und landet ihm aus. Barnetta. Meier. Und da bekommt er Unterstützung. Und er hat gesetzt. Das könnte ihm helfen, wieder ein wenig mehr Sicherheit zu gewinnen, wenn es darum geht, für die nächste Partie aufgestellt zu werden. Meine Güte, ein bildschönes Torbusch. Ja, wunderbar, schaut euch das mal an. Flachschuss da ins Eckrunden rein. Klasse. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Herrlich gemacht. Wunderbar ins Eckrunden. Ich hoffe, sie ruhe. Ja. е weave mit Hessen zu streite. Ja. 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 meyer barnetta gut mitgespielt er geht im entscheidenden moment dazwischen adrian ramos ein lieber mann jetzt läuft der ball aber wie am schnürchen das war schon sein zweites tor heute will er es aber ist ein torwart fehler hier deutlich zu erkennen das ist gepatzt dem stürmer auf dem tablett das tor